Herzlich Willkommen bei K-Man und Flexi. Für alle, die jetzt neu dabei sind und uns noch nicht kennen, ihr dürft jetzt gerne mal auf ehrenamtlicher Basis ein kostenloses Abo dalassen. Einfach hier draufklicken und abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Und wir haben vor kurzem eine richtig krasse Challenge hochgelassen. 24 Stunden im Keller eingesperrt. Oh mein Gott, das war so gruselig. Klickt jetzt hier oben drauf und schaut euch unbedingt an. Da ist nämlich auch noch ein kleines Gewinnspiel hin. Ihr könnt da was richtig krasses gewinnen. Boah stimmt, Alter. Gewinner wurde noch nicht ausgelost. Gewinnt, gewinnt, gewinnt. Heute gibt es eine richtig krasse Challenge. Und zwar, wer in 10 Minuten mehr zunimmt, gewinnt. 10.000 Euro. 10 Minuten mehr zunimmt, ey, ist doch überhaupt kein Problem. 10 Minuten, ding, ding, ding. Hier ist die Waage und wir werden uns gleich mal wiegen. Aber ich werde dir jetzt mal zeigen, was ich heute gewinnen werde. Mit was denn? Mit dem Kasten Wasser natürlich, Bruder. Wenn wir mit Wasser gewinnen. Natürlich. Wie mit Wasser gewinnen. Ein Liter ist ungefähr ein Kilo. Wenn ich mit dem reingehe, bin ich ein Kilo schwerer. 6 Flaschen, 6 Liter. Ich werde gewinnen. Okay, man, er macht zu. Ich werde natürlich Burger, Cola, Chips, richtig fettiges Zeugs kaufen und so schnell wie möglich in 10 Minuten so viel essen. Rein stopfen und denkst du, gewinnst du damit? Ja. Für den Effekt, ja. Für den kurzen Moment, ja. Wir wiegen uns jetzt mit den gleichen Klamotten und so werden wir uns auch in 10 Minuten dann wiegen. Ganz genau. Die Uhr muss dranbleiben, das Handy muss drin. Und wer am meisten zugenommen hat, gewinnt die 10.000 Euro. Gewinnt. Leute, auf geht's. So Flexi, bitteschön. Ich? Ja. Okay, 54,55. Alles klar, ich bin dran. Ist notiert. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Okay, man. 79,05. Richtig krass. Wir schreiben es auf jeden Fall nochmal hier unten rein, damit jeder die genauen Zahlen hat. Ganz genau. Notiert ist notiert. Und dann würde ich mal sagen, du hast ja dein Wasser schon. Ich hab mein Wasser schon. Ich muss meine Burger alles noch kaufen, gehen wir einkaufen. Alles klar, Freunde. Kommt mit. Wir sind jetzt vor Rewe und werden uns richtig Chips, Cola, alles kaufen und richtig reinziehen. Auf gar keinen Fall. Ich glaub, da hab ich schon mal das erste und zwar nehm ich hier eröffne. Zwei Liter Cola. Kannst doch einfach nur mit Wasser zunehmen, glaubt's mir, Freunde. Ich glaub, das bringt's mehr. Willst du sicher keine? Ich will sicher keine. Weiter geht's. Was brauchst du noch? Chips. Chips. Dann holen wir jetzt Chips. Ich nehm auf jeden Fall die Erdnussflüttung. Die nehm ich auch noch. Und noch Paprika. Doch, das reicht für 10 Minuten. Bist du dir sicher, das du so viel brauchst? Ja, natürlich. Aber jetzt fehlt noch was! Und was? Ne Torte! Oh Mann ey! Hol' man die Schokoladentorte raus. Die Schokoladentorte? Ja. Alles klar, Flexi will wirklich zunehmen mit Süßigkeiten, Mann. Es geht noch ohne. Nein, geht's nicht. Und jetzt fehlt noch was. Ich will richtige Burger. Was? Burger? Dann fahren wir zu McDonalds. Auf geht's. Wir sind jetzt hier gerade bei McDonalds und ich denke, Flexi will wie viel Cheeseburger? Drei, vier Stück, weil ich habe nur zehn Minuten Zeit. Das ist die Sache. Und ich werde hier mit trinken gewinnen. Ihr werdet es nicht glauben. Wettet ihr, ich gewinne. Ich habe es euch erklärt vorhin. Ich hole erst mal die Cheeseburger. Ich muss einfach nur Masse in den Körper. Ja, ja. Hallo, komm, bitte. Ja, guten Tag. Ich hätte gern vier Cheeseburger. Hallo? Ja. Danke. Kein Problem. Okay, Flexi. Und die ziehe ich mir rein in zehn Minuten. Ich bin gespannt. Freunde, lasst jetzt auf jeden Fall mal einen richtig fetten Daumen für unser Video da und abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt in die Kommentare, wer gewinnt. Dankeschön. Hier, Flexi. Ab zum Hauptquartier. Ich habe Hunger. So, wir sind jetzt zurück vom Einkauf. Nun, ihr seht, was ich alles gekauft habe. Cola, Cheeseburger, Pudding und Chips. Heftig, Flexi. Ich sage mal so, das war verschwendete Zeit. Wieso? Da ist einfach nur Wasser trinken müssen. Aber okay. Wenn du glaubst, dass die so fettige Sachen dich schneller zunehmen lassen, dann hörst du dich, Flexi. Schreibt uns jetzt noch mal in die Kommentare, wer gewinnt. Team Cayman oder Flexi? Hashtag Flexi, Hashtag Cayman. Wir haben ja auch eine Uhrzeit aufgebaut mit GoPro, damit ja auch alles nach rechten läuft. Genau, 10 Minuten. Tom ist unser Schiedsrichter. Tom, alles klar bei dir? Ja, bei euch. Sehr gut. Ich würde sagen, ich wäre fertig. Ich wäre auch fertig. Ich hole noch meine Flaschen hier kurz raus. Achso, willst du das rausholen? Dann darf ich aber auch einschicken. Ich höre schon die Kilos. Tom, auf dein Zeichen geht's los. Okay. 5, 2, 1, 2. Okay, let's go. 10 Minuten, ne? Okay, das sieht doch kein Bier. Ich kann dir schon mal sagen, ich bin jetzt schon ein halbes Kilo schwerer. Mhm. 100%. Dann tripp ich, tripp ich, tripp ich immer, wenn ich fliege. Ich bin jetzt schon mal ein Kilo schwerer, Freunde. Nein. Erste Lärm. Das ist nur Wasser, Freunde. Erste Minute vorbei. Danke. Baby, wir fliegen los mit dem Private Jet nach Laos auf die Insel der Karol. Ich kriege nichts mehr rein. Ich muss eigentlich hoffen, dass diese ein Kilo reicht, aber wir sehen es ja dann später. Lecker, lecker. Fettig. Viele Kilos. Mh. Ey. Was machst du? Viel Spaß. Wolltest du auch schrieren? Nee. Mir ist es kotzübel, Mann, Tom. Von Wasser? Von ganzem Wasser, ey. Es stopft einfach. Es füllt alles aus. Den ganzen Magen, ey. Immer wenn ich fliege, dann tripp ich, tripp ich, tripp ich. Mein Feature-Part fängt gerade jetzt an. Und ich bekäme von was wir... Was ist denn da? Guck mal, wie du aussiehst. Mh. Und jetzt? Ich muss Pause machen, ey. Ich muss den Zuschauern beim Essen. Warum? Immer wenn ich fliege, dann tripp ich, tripp ich, tripp ich. Immer wenn ich fliege, dann weiß ich mal, wenn ich fliege. Ja, meinen letzten Trick weißt du noch nicht. Tja. Jetzt muss ich nur noch alles drin behalten. Dann bin ich der Sieger der Herzen und der Sieger dieser Challenge. Ich geh noch aufs Klo. Wie lange noch, Tom? Noch eine Minute und zwei Sekunden. Eine Minute. Eine Minute. Ich würde kotzen, wenn ich das hier so Rindfleisch-Pattie so in Schokolade getumpt. Widerlich. Komm, jetzt weiter. Das Flugzeug kommt... Vorbei. Vorbei. Halt. Was war das? Was war das? Jetzt hättest du noch was reingestopft, Freunde. Zit noch. Okay, schlucken, schlucken. Alles klar, Freunde. Wir gehen jetzt direkt auf die Waage. Boah, kommt her, kommt her. Direkt auf die Waage hier. Okay, 80,80. Jetzt bin ich gespannt. Das heißt, ich habe... Okay, so 1,8 Kilo. Das kommt hin. Flexi, du bist dran. Mit vollem Mund. Das heißt, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Freunde, das bedeutet, Flexi hat nur 750 Gramm zugenommen in 10 Minuten und ich 1,75 Kilo. Und damit bin ich der Gewinner. Dieser Challenge. Ich hab 10.000 Euro gewonnen. So schaut. Jawohl, Freunde. Ich bekomme die 10.000 Euro. Ich hab die Challenge gewonnen. Ich hab euch gesagt, wenn ihr sowas nachmachen wollt, dann trinkt einfach ganz viel. Aber passt auf. Ich muss jetzt nicht richtig groß aufs Klo langsam. Mir ist schlecht. Oh mein Gott. Freunde, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich kümmere mich um Flexi. Lass einen Daumen ab. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal!